Moin Leute was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir wie ihr sehen könnt ist hier der Strahl also jetzt ist noch nicht Phase 2 Phase 2 kommt erst in drei Stunden und ich wollte euch kurz sagen dass ich mich dann melden werde wenn wieder irgendwas passiert und so dann bis später